Neurokinetik ist die Kombination aus der Behandlung mit dem Neurostim als Grundlage für einen physiologisch gesunden Bewegungsablauf und der Equikinetik als hocheffektive Muskelaufbautraining. Mit dem Neurostim werden die Faszien und auch die Muskeln des Pferdes gelockert. Blockaden werden gelöst. Die Pferde bewegen sich nach dieser Behandlung freier. Dieser Effekt wird genutzt, um direkt anschließend mit Equikinetik zu trainieren. Viele körperliche Probleme der Pferde liegen in der Muskulatur. Das Pferd geht aufgrund von Krankheit, Verletzung oder Fehlbelastung in einer Schonhaltung, was wiederum zu faszialen Verspannungen führt. Diese werden mit dem Neurostim gelöst. Das Muskelaufbautraining direkt im Anschluss bewirkt, dass die gelösten Faszien geschmeidig bleiben und nicht wieder verkleben.